Und damit herzlich willkommen zurück ihr seht gerade ich bin schon wieder gestorben es ist die katastrophe echt ich weiß nicht wie andere das machen ich krieg es einfach nicht auf die reihe ich weiß nicht wie andere spielen ich weiß nicht was ich falsch mache ob ich einfach zu blöd bin den dinger an allen auszuweichen oder ob er nur pech habe gerade eben explodent ja ok gerade eben habe ich zum beispiel ich habe ja nichts bekommen aus den kisten doch ranger oder sowas habe ich bekommen ich habe das gefühl ich habe so wenig items wirklich so wenig items dass ich einfach keine chance habe irgendwas zu kriegen ich weiß nicht keine ahnung ich weiß dass ich sprengen muss und ich weiß wie ich ausweichen muss und ja keine ahnung ansonsten mache ich auch nichts anderes als die anderen mal so schnell aber wieso ist das aber gewились nicht dass man das doch was ist das der muss ist jetzt nicht und ganz also ok spreng ich mal hier danke schön bombe gegen schlüsse ich weiß nicht ob das so intelligent war das war heftig der haut einfach alles kaputt von alleine musste ich gar nichts machen was bist du hp tears up & shotspeeder krass eigentlich den letzten raum noch weil wenn ich habe dann nehme ich auf jeden fall jeden raum mit ich sehe ihn hinter mir schweben sogar ich mag der die lange das cool habe ich noch was ich sprengen kann nein in der shop brauche ich auch nicht reingehen habt nicht genug geld dafür ja dann habe ich dir die lange jetzt bekommen ach oben im raum alles klar ja stimmt da war ein raum wo ich das eine aufgehoben habe der lange gefällt mir ich meine es ist bestimmt schwer für den durch türen zu gehen aber ansonsten das ist für eine map einstellung warum aber das ist echt klar egal hauptsache ich verliere nicht allemal ich verliere nicht noch ein leben der longlake ist echt gut bei dem bei dem gegnern bei der mehrere gleichzeitig trifft so der noch oder den schlüssel fallen lassen sehr schön irgendwo ein soulstone ich weiß dass er noch gegner aber die longlake macht ihr platt jetzt so den longlake bitteschön danke ich sehe aber kein soulstone von daher geht er weiter ich könnte es hier sprengen für eine treppe aber das lohnt sich momentan noch nicht die habe ich gerade auch gefunden die ist cool die generiert die macht macht sehen und so also die my future und gibt mir ein item mal zufälliges die gibt es ist die maps so groß ach so jetzt noch auf große da komme ich noch nicht rein ok wenn die spiel wenn die vier zu stark sind macht also nicht one shot ach komm ich glaube ich habe mir gerade in der video geraubt jetzt dieser attacke oder war das ist der video ich weiß nicht sehr schön aber black gemacht und den aber auch gekriegt vor allem eh keine bomben gerade habe ich noch einen raum übersehen ne oh nein da hat es eigentlich geil weil longlake ist mega geil bei dem da kommt schon weil dann kann ich eigentlich nur ausweichen und der rest macht sie von alleine bis auf das kleine scharmütze was ich gerade hatte so jetzt suche ich einfach nur ausweichen die ganze zeit so sofort aus dem laserstrahl schießt er eh nicht so noch einmal der die longlake und das wars bämm tot finde ich nett finde ich wirklich nett so was haben wir hier nochmal mams lipstick range up und devil deals ooooh was bist du blood laser barrage ooooh ach shit wir haben es für die fähigkeiten das ist das ist das sei das sei irgend sowas nun fliegen kann man noch nicht jetzt noch fliegen jetzt noch fliegen jetzt noch fliegen jetzt noch fliegen wäre geil shit 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 oh das nehmen wir auf jeden Fall mit um mir mein devil zu sichern also das noch einmal also mit der die longlake zusammen auf jeden Fall ein nice combo so na gut bämm 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 geil bämm oder so so nehme ich mit und was nochmal hier guiuuu alter wieviel Damage wieviel damage WTF und jetzt auch Cube of Meat Oh mein Gott, wo ist der Devil hier? Oh, Alter Alter, Gabi Oh mein Gott Sind wir heftig Oh mein Gott, ich sehe gerade Echt den ersten Run, den ich durchkriege Ich sehe gerade wirklich den ersten Run, den ich durchkriege Wo habe ich das eingesetzt jetzt? Das Stars Bäm Ne Ich weiß nicht, was das macht, deswegen nehme ich nicht mit Wo bin ich hier unten? Wie heftig Sechs Münzen Uh, aufladen, sehr schön Nehme ich mit Und noch einen da rein Alter Damage ab, Cricket Set Ich abgehe Wie ich abgehe Wie ich einfach nur abgehe I can see forever Alter, wie ich gerade abgehe Wie heftig Ich glaube hier nichts Äh, wir gehen aber in unseren Shop rein Alter, ich sehe gerade wirklich unseren ersten Run, den wir durchkriegen Ich habe einen Schlüssel mit Ich stecke noch eine Münze hier rein Und dann nehmen wir uns das Stars wieder mit Stopp, nein Die war hier oben Dann nehmen wir uns das Stars wieder mit Um damit Dinge tun zu können Ähm Wie heftig wir abgehen Dankeschön Ah, sieht meine an Krass Ich hätte jetzt gerne eine Teufelsmaschine, aber leider Leider nicht Nächste Stage Alter What the fuck So, Leute, nehme ich mit Und die Ebene verrät mir, dass ich hier erstmal rein kann 2 Run Resort, okay Oh, 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 oh Tja, ich hasse das Buch Ähm Ich habe mich gerade nur gewundert, was es ist, aber ich weiß, dass es ist, wenn ich hasse das Buch Dankeschön Oh, 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 oh Ich glaube, ich gehe spenden Na, ich will da rein Shit Aber ich glaube, ich gehe spenden Wie dumm war das denn bitte So, was haben wir hier Oh, oh, oh Mein Gott Nichts Okay, gehen wir weiter Konsum der Enemy, okay Oh Danke Jetzt los So Auch der Raum wäre geclirt Sag mal hier Bad Gas Okay Alter, ich freue mich gerade Ob wir den Run wirklich mal durchkriegen Sag mir nicht 99 Bombs What the fuck ist das denn 99 Bomben So fängt das Leben an 99 Bomben So hat man Spaß daran Was bist du? Run Resort Warum nicht? Ich habe echt gerade 99 Bomben gefunden Ich glaube es nicht Ich wusste nicht mal, dass es solche OP-Items gibt Deshalb spreng jetzt alles Komplett weg Wir sprengen jetzt einfach alles 99 Bomben What the fuck What the fuck Raum geclirt Da ist auch ein Steinchen Kommt wieder Bomben raus Weil wir so wenig Bomben haben Es ist eigentlich ziemlich gut So, geclirt Was haben wir hier? Ich hole noch nicht Ich will mir vielleicht mal das große Item holen Jetzt wo ich gerade die Chance Danke So, hier nochmal sprengen Wir sprengen nochmal hier Wieder Run Resort Genau Okay 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 Wo ist der Boss? Der Boss ist da unten Okay 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 Speed and Damage up. Was haben wir hier? So. Das war fies. Bist du? Head of Krampus. Krampus Rage. Oh ne, hab ich eh schon. Von daher brauche ich es nicht. I can see wherever ist es da wesentlich besser für mich. Ich gehe zum Shop. Gleich hier lang gehen können, egal. War ich hier noch nicht drin? Okay. Ich gehe zum Shop, 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 zum Shop. zum Shop. Shop, 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 Shop. Und hole mir den da und hole mir den da und dann hole ich mir noch die da. Was machst du? Amnesia. Okay, brauche ich jetzt eh nicht mehr. Ich werde da noch einen rein. Und dann geht es wieder runter zu... Oh. Wo ging es jetzt zum Boss? Shit. Hier rein auf jeden Fall. Hier lang? Nee, falsch. Hier lang. Hier runter, genau. Und jetzt ein und durch. Und dann sind wir beim Boss. Kann man so, Leute. Ja, das ist besser. Charge-Tag. The Hidden Mother is watching you, geil. Okay. Wir sprechen natürlich alles mit den ganzen Bomben. Sprechen wir auf jeden Fall alles. So. Ja, durch Du Destruction brings creation. Was haben wir hier? The Hype Prestige Mother is watching. Alter, die vielen Karten bitte. Kann immer was drunter sein. So, es soll das mal reichen. Krass. Krass. Echt krass. Es ist einfach nur. So, hopp. So, was haben wir hier? Auch tot. Hier ist nichts mehr. What the fuck. Natürlich. Hat er mich echt noch getroffen? Ich glaub's ja nicht. Was bist du? Schlüsselbomben. Was haben wir hier? So, was haben wir hier? War's mir doch klar, dass da noch was rauskommt? Ähm. Was haben wir hier? Schade. Schade. Müsste hier sein, gell? Ungefähr. So. Ich glaub, die liegenden kann man nicht wegsprengen, deswegen lass ich's mal. Du musst ja auch die sinnlosende Bomben verballern. Ah, da waren wir noch nicht drin. So. Aber. So, was war's noch nicht geplant? So, hätten wir die auch. Schade, dass wir was verloren haben. Death. Ich weiß nicht, was ich mitnehmen soll. Sind so viele Karten gerade. Ich muss nochmal einsetzen. Ich hab's am nächsten Raum ja ja einfach Death jetzt ein. Ich brauch's nicht mehr einsetzen, das ist das Problem an der Sache. So, jetzt hab ich noch das hier. Also, ich krieg's so, wenn man noch irgendeine Karte fehlen sollte, kriegt man so auf jeden Fall jede Karte zusammen, die wir noch nicht hatten. The Devil. Also, was anderes. Ich dachte, das war shit. Jetzt auch nix. Hier ist auch nix. Hier könnte... Hä? Na, da war Blutlache noch. Die sind los. Sag mal hier. The Tower. So, spreng mal den Spaß, Mann. Boah, ich geh mal zum Boss. Wie blöd war das denn jetzt von mir? Äh. Wie blöd war das denn jetzt von mir? Aber ich hab keinen Schaden. Doch, hab ich Schaden genommen? Hab ich Schaden genommen? Kein Devil Deal. Das ist jetzt so doof. Ich geh aber irgendwann die Ebene noch durch. Stopp, Moment. Die nehme ich mit noch, dann kann ich mir gleich mal noch die Nächsten holen. So. So. Was du kannst, kann ich auch und zwar wesentlich besser. Und dann noch mal.